Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. So, Ayla möchte heute mal den Bereich hier erkunden. Da war sie nämlich überhaupt noch nicht. Und sie hat das Team vom letzten Mal dabei. Die brauchen ja alle noch ein bisschen Training. Und hier fängt jetzt so der Bereich an, wo Ayla noch gar nicht war. Und das wollen wir uns jetzt mal angucken. Da eine Tafel. Ja? Ja? Die Wände sind eine Barriere und nur die mit Verwaltung gehen können. Dein Kind, du musst nicht Verwaltung haben. Du bist in diesen Landen gebrochen. Es war unsere ultimative Defense gegen die Trechung des Kindes. Du bist nicht verletzt. Vor des Mondes. Oh ja. Hier also auch sehr beeindruckende Architektur. Eila ist ja eher so die nördlichen Gefilde gewohnt. Dieses feuchte Klima, dieses Heißfeuchte, das ist für sie ganz ungewohnt. Und auch, dass alles so grün ist und so. Wer schimpft denn da? Oh, hallo. Oh, hallo. Wow. Irgendwer ist hier noch... Eila hört eigentlich noch was, aber gut. Äh, so. Fell können wir sicher gut gebrauchen. Brauchen wir... Eier, aber jetzt... Wir sind wahrscheinlich länger unterwegs, als dass das hält. Aber Eier kann man ja notfalls auch so essen. Normale Haut, naja gut. Schuhschnabelkopf. 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 Okay, dann lasst uns mal weiter gucken. Ah, die Truppe ist schon ganz gut dabei. Fell hätte ich gerne von dir. Ja, die Tierhaut. Haben wir eigentlich ausreichend. Naja, erstmal nehmen was mit. Wegwerfen können wir immer noch, ne? Ach, da war noch... Ah, egal. Oh, jetzt wird's dunkel. Schreck nochmal ab. Fell. So. Stein brauchen wir nicht und das brauchen wir auch nicht. Die Eclipse. Nein, nein, nein. Hallo. Hallo. Was haben wir hier? Kriegsbemalung? Ja, nehmen wir mit. Haben wir aktuell keine mehr? Ne, ne? Aha. Okay. Jetzt hab ich nen Bart. Oh. Was? Wer hat den angelockt? Ja, die Truppe macht sich wirklich gut. Schauen wir weiter, was es hier gibt. Was ist da? Was ist da? Alle hatten paar Waffen ausgetauscht. Aber die meisten scheinen ganz gut klar zu kommen. Mit ihren Waffen. Denk mal was. Ähm. Ja. Hab ich nix mehr zu essen. Achso, das ist... Bibi hat glaube ich die Nahrung, ne? Hoffe ich. Ja. Ja. Okay. 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 ja. Ich bin fertig. Wenn. Ja. 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 so Vielleicht die Kerbe, sonst brauchen wir da nichts. Ist nur das Pferd in Ruhe. Sehr gut. Eigentlich wollte Ayla gar nicht so viele Sachen mitnehmen, aber... So, jetzt haben wir schon... Oh. Mhm. Kann ich euch ein bisschen helfen? Hm? Oh. 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 ja sag mal ab dann gehen wir hier rüber er ist hier ein lemurianischer koch und schmelzer wir brauchen noch ein paar herzen für unseren cestries da wenn wir gleich mal mitnehmen die arme lassen wir hier hallo ja ich dachte gerade passiert nix ein bisschen ambrosia ok schauen wir mal mit ihr euch mal was ist das anja traumwandler ne das brauchen wir nicht jetzt weiß ich nicht wie viele herzen uns noch fehlen nimm doch die treppe der unendlichen lust ich denke da werden sich unsere tänzer und tänzerinnen freuen weil sie haben gesagt dass sie besonders interessiert sind an dieser religion mein gott noch ein traumwandler ich hänge hier oh oh danke jona hat mich gerettet gerade glaube ich wahnsinn die sind echt stark tja die priesterin hätten wir natürlich gut gebrauchen können die morianische kleidung die nehmen wir mal mit oh radiumwächterkopf interessant was ist das jakira die Sehr schön. Sah die sonst nicht anders aus, die Katze? Na gut. Hä? Fülle ich mir das ein oder habe ich hier eben gerade was gesehen noch? Ach, geh. Nee, da ist nichts mehr. So, ich glaube, hier habe ich nichts vergessen. Dann schauen wir uns mal weiter um. Keila hat hier dieses Gebäude entdeckt, das ihre Neugier geweckt hat. Vielleicht gibt es da ja irgendwas Tolles, was man kriegen kann. Schauen wir mal. Huch. Super. Okay. Mal vorsichtshalber. Oh, was ist das? Wow. Sehr beeindruckend. Oh, was ist das? Diese Wand. Okay, wir sind hier nicht wirklich willkommen. Oh. Oh. Okay. Was ist das? Keine Energie? Man muss nur aufpassen, dass man nicht hier runter gerät. Okay, was passiert jetzt? Okay. Aha. Ne, 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 weg, 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 weg. Dagon? Weiß ich nicht. Das war blöd. 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 Ja. Kein Vergleich zu den Drachen, die wir gekämpft haben. Upsi. Doch noch in so einen Strahl geraten. Ja. Oh, da ist sie. Die Hexenkönigin. Ja. Ja. Oha. Na ja, ne, alles gut. Alles gut. Eine Energie? Ah, die ist gleich. Maske der Hexenkönigin. Brother Shadow. Ach, das kam aus der Ember-Light-Mod. Und der Schlüssel für Rasmars Quartier. Ne, ne, da kommt nichts raus. Das brauchen wir nicht. So. Mal, wie war das? Ja, lemurianische Kriegerrüstung und königliche Rüstung und das Schwert und die Pike gelernt. Ähm, da geht's runter. Ich denke, das war's hier, ne? Mehr ist hier nicht. Keine Truhe? Na gut, sie hatte die Sachen ja bei sich. Ne, hier ist sonst nichts. Gut, dann gehen wir wieder raus. Sehr schön. Huch. Alle wieder da? Jo, alle sind da. Ich pack das mal weg. Wie steht's aus? 17. Ah, Tessa, die Klinge ist 20. Ähm. Eher ne Statur. Plus 10 auf Vitalität. Du bist 19 und du bist 15. Hast du dazu gekriegt? Unermüdlich. Also ich muss sagen, die Truppe gefällt mir wirklich gut. Besser als die erste Truppe, wo da Linsia drin war und so. Ich meine, klar, wir können das noch ändern. Ähm, da gibt's ja Möglichkeiten, aber ich bin sehr zufrieden mit euch vieren hier. Wunderbar. So, packst du mal den weg? So, meine Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, lasst doch einfach mal einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann.